So, ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Stadionvlog hier auf diesem Kanal. Heute sind wir beim Spiel Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Dazu gibt es von mir heute einen Stadionvlog mit Kommentaren zum Spiel und natürlich mit der absoluten Stimmung hier heute. Abonniert gerne den Kanal und machen zu, wenn keine weiteren Wissen machen wie Hertha. Und die Bundesliga zu verpassen, like gerne dieses Video und ich würde sagen, legen wir los mit dem heutigen Spiel. Ganz wichtig aber für den heutigen VfB Stuttgart geht, heute braucht die Mannschaft Supported. Deswegen gibt es heute nicht so viele Einblicke. Heute wird nämlich mal supported. Denn das ist genau das, was die Mannschaft braucht, um hier heute gegen Stuttgart zu gewinnen. Das ist genau das, was die Mannschaft braucht, um hier heute gegen Stuttgart zu gewinnen. Das ist genau das, was die Mannschaft braucht, um hier heute gegen Stuttgart zu gewinnen. Also, das ist genau das, was die Mannschaft ist, um hier zu gewinnen und das direnig. Die 20er-20er, Armin. Die 20er-20er, Jermin Lerner. Und die 20er-20er, Luka. Südn, auch jemand für Anfabiasi. Hex. Ja, vall. Ja! Ja! Gott! Ja! Ja! Das war's für heute. Plattenhardt! Selke! Eins! So, die ersten 16 Minuten sind um. Hertha führt und das absolut verdient. Hier Stuttgart mal wieder im Vormarsch, aber bisher ist das absolut verdient. Und Lotka wieder Weltklasse, Mann. Sehr stark bis jetzt das Spiel. Blau, Weiß, Stumpenherz-Domastisch. Also ich bin euch absolut ehrlich, bis jetzt würde ich sagen, ist das mit eines der besten Saisonspiele. Man ist aggressiv, man spielt offensiv, man spielt federfrei und vor allem, man agiert selber. Und das hat in den letzten Spielen gefehlt und das ist heute gut. Aber Stuttgart gerade auch momentan sehr geschwächt, wahrscheinlich geschockt vom frühen Tor. Von daher, von uns bisher ein sehr, sehr gutes Spiel. Muss man an sich loben. Ja, die erste Halbzeit ist vorbei, es ist 1 zu 0, es ist wahnsinnig spannend. Im Stadion ist eine bombastische Stimmung, es ist so ein bisschen befreiend natürlich, aber grundlegend muss man sagen, die Mannschaft hat gekämpft, hat gut gespielt, wie die sich in die Bälle reingeworfen haben. Es war ja teilweise wirklich echt, echt stark, war es pegerig, Tussar, Kempf, was die da alle gemacht haben. Es sah sehr, sehr gut aus und im Grunde genommen hat man in den ersten 20 Minuten auch sehr offensiv gespielt. Danach ist es ein bisschen abgeflacht, aber es war trotzdem noch vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, mit dieser ersten Halbzeit bin ich hochzufrieden und ich hoffe, dass man entweder dieses Ergebnis halten kann oder am besten noch ausführen kann für die zweite Halbzeit. Das ist ein bisschen abgeflacht, das ist ein bisschen abgeflacht. Jawohl, Marcel Lotzka, wieder dran. Lotzka macht das! Härter BSC fortgeschreihen Und das ist die Weltraten der Mann von Kaltaner. Ein und dritte Jesu in der neuen Spielzeit. Und die ist auch gut. Wie schön! 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 Das ist so wichtig. Das Spiel ist aus. So, und damit endet auch dieser heutige Stadion-Blog. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Das ist ein Spiel. Digga, das ist toll. So was im Stadion zu erleben. Es ist bombastisch. Das Team versammelt sich im Kreis. Es ist eine Einheit. Und das hat man heute wieder gesehen. Es ist einfach fantastisch, Digga. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alter, wir haben es geschafft. Geil, geil! So, und damit endet auch dieser heutige Stadion-Blog. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Ihr müsst verstehen, dass ich heute nicht zu viele Einblicke geben kann. Ich war im Oberring. Hab natürlich größtenteils die Mannschaftssupporte. Weil das ist genau das, was die Mannschaft braucht. Und das hat man heute gesehen. Die Mannschaft hat gefightet. Die Mannschaft hat gekämpft. Und im Grunde genommen muss man sagen, war das heute eine sehr, sehr gute, konzentrierte und fokussierte Leistung. Und so muss man gegen Bielefeld weitermachen. Und dann ist der Klassenheit sicher. Und darauf bin ich heute wirklich stolz auf das Team. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag. Abonniert gerne diesen Kanal. Liked gerne dieses Video. Wir sehen uns dann tatsächlich morgens in einem neuen Video wieder. Bis dahin. Tschüss.